Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Wayman Legends. Das nächste Musiklevel steht an und es ist orchestrales Gase. Es ist meiner Meinung nach das schlechteste Musiklevel, aber es ist trotzdem nicht schlecht, auch wenn ich nicht so auf das stehe. Aber trotz alledem werde ich jetzt bei diesem Musiklevel auch wieder meine Fresse halten, damit ihr die Musik genießen könnt. Und deshalb sage ich, viel Spaß. Musik Musik Todo Recht easy, auch die Loom Store immer recht easy. Ihr habt gesehen, diese eine mega lange Schlange, ich habe die perfekt getroffen. Ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben geschafft. Da wollte ich schon fast so schreilos lassen, da dachte ich so, nein, nein, halte ich jetzt noch zusammen. Und die ganze Zeit hat mein Kopf gejuckt, das war auch unschön. Meine Hand war am Zittern, weil mein Kopf gejuckt hat. Ich wollte mich einfach kratzen, aber ich wusste, ich kann es nicht tun. Naja, ich kann es ja jetzt. Somit haben wir Welt 2 auch schon durch. Hey! Unglaublich, du hast diese Welt von Albträumen befreit, du hast diese 5 Glückslose wirklich verdient. Die wir aber erst am Ende des Projektes aufmachen. Was heißt des Projektes? Das ist ja dann nicht das Ende des Projekts, sondern das Projekte von Rayman Legends. Aber es gibt ja noch Rayman Origins hier. Da hinten, da, hier, back to the rules. Da, back to Origins. Naja. So, wir können in die dritte Welt. Wie ist da? Delos, merkt das. Die Welt war ganz cool, aber kann auch ziemlich nerven. Aber trotzdem hat mir die Welt an sich sehr, sehr gefallen. Paff! Paff, direkt alles freigemacht. So muss das. Wir gehen in das erste Level und es heißt Ente gut, alles gut. Naja, dann ist hier alles gut, ne? Warum das auch immer mit Ente zu tun hat. Es ist mexikanisch. Mexikani! Okay, ich weiß wieder, warum es was mit Ente zu tun hat. Der hat uns einfach mal in ne fucking Ente verwandelt. Na, dankeschön. Und ich meine, das ist ja vielleicht scheiße, wo man die Ente ist. Wir können nur so nen Kopfstoß hier... Können wir den Wallchamp? Ja, wir können auch den Wallchamp. Obwohl, den hab ich ja eben schon mal gemacht. Naja. Aber dafür kriegen wir jetzt unseren Collation. Hey, ja, da flattert er mit den Flügeln. Aber wir holen uns erst mal. Ja, holen wir uns erst mal. Ja. Der frisst das hier nämlich alles schön auf. Damit wieder durchkommen. Da, ja, ja, ja. Ja. So. So, ich hoffe, ich kann jetzt mal ein bisschen mehr Regen hier. Ich vergess gerade die ganze Zeit das Reden. So, der Max soll da oben aufmachen. Man wird mal hier durchkommen und dann... Äh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Verrekke. Okay, wie komm ich jetzt da hin? Erst mal den runterholen. Wahrscheinlich nen Wallchamp. Hab ich recht. Ja. Hätte man eigentlich nen Wallchamp machen müssen. Aber gut. So. So. Das ist ja recht easy. Oh, nein, nein, nein. Oh, hatte ich da gerade Glück. Naja. Wo wird das denn? Da. Dann so. Dann einmal hier runter. Verpiss dich. Oh, ja, ja. Okay, den müssen wir einen Fallen holen. Ja, 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 ja. Gut. Gut, 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 gut. Bis jetzt läuft das Level. Es läuft. So, dann hier hoch, dann gibt es da oben bestimmten König. Oder, naja, besser gesagt, die Königin. Okay. Okay, das muss ich noch nicht so ganz verstehen. Oder? Soll ich, soll ich das verstehen? Wahrscheinlich muss man hier. Da werde ich da drüber kommen. Dann hier. Und hier gleichzeitig. Damit ich in den Tod stürze. Ja! Super, Raymond! Oh, ist das nicht schön. Okay, aber ich habe das hier gerafft. So, erstmal so. Dann so. Und dann lassen wir das hier erstmal alles da abfließen. Und dann kriegen wir auch die Königin easy. Mal kurz anders hinsetzen. Ja, also. Da musste ich doch kurz mal überlegen. Auch wenn es echt easy war, eigentlich. Aber, ja gut. Ich bin auch nicht der Hellste. So, was haben wir hier? Sollen wir hier wahrscheinlich einen Workshop machen? So sieht es aus. Nein! Oh, bin... Ich bin nicht grenzdevil. Ah, da ist noch eine Münze auch so. Ja, dann nehme ich den Tod in Kauf. Dann nehme ich den Tod auch in Kauf. So. Und dann. So. Ja, gut. Hier nochmal. Was sollen das Paprika oder Tomaten? Dann wahrscheinlich Paprika. Ich hasse Paprika. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Was kann ich hier machen? Naja, ich habe jetzt nochmal die Möglichkeit, das hier zu machen. Ja gut, das steht jetzt ein bisschen höher, ne? Halt dich doch da fest! Ja, du bist ja eine Ente. Haha! Kannst ja nix. Immer der Rassismus gegen Enten hier. Das ist mir egal, ob ich die jetzt nicht perfekt kriege. Nein! Ich will mich töten. Nee. Jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit. Ja, diesmal mal. Oh ja, nicht runterfallen. Diesmal haben wir es geschafft. Kingen wir auf die perfekt. So, wir machen mal jetzt das hier am besten. Erstmal so. Dann kann der von mir aus das. Yes! Gut, 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 gut. Der verreckt jetzt erstmal. Da oben ist aber auch noch einer. Dann muss ich nochmal zurück. Oh man, ich übersehe den immer wieder. Oh, komm ich da jetzt nochmal überhaupt hin? Ja, da kriegen wir hin. Da kriegen wir hin. Da kriegen wir hin. Ja! Oh, da packt er die Skills aus. Die Rayman Skills. Und dann kriegen wir den da oben. Und dann kriegen wir auch hier nochmal schön perfekte Looms. Dann machen wir mal das hier auf. Wir können hier rauf springen. Dann wollen wir uns... Die! Ja, den können wir ganz easy töten. Ah, ist das schön. Oh, 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 oh. So, den. Dann einmal die. Dann einmal die. So, was haben wir hier? Zack. Zack. So, den müssen wir jetzt wieder... Im Fallen habe ich, ja, ja. Okay. Jetzt. Nein. Jetzt. Yes. Jetzt. Egal. Ich sag einfach nix. So, und dann zack. Oh, das sieht gut aus. Das ist ein easy Level. Das ist ein easy Level. Ja gut, was erwartet man im ersten Level der Welt 3? Aber ich sag euch, das wird noch schwieriger. Ich wollte schon sagen, da unten fahrt irgendwas. Den lassen wir erstmal komplett runterfallen. Holen wir uns den Coin oder die Münze, wie auch immer. So, lassen wir den mal kurz runterfallen. Den? Ja. Ey, ist das perfekt oder ist das perfekt? Am besten oben. Dann haben wir hier unten noch den König. Das habe ich sofort gesehen. Und haben wir auch schon den ersten Pudding mit Schleim. Yay. Wow. Oh, hier haben wir auch Pudding mit Schleim. Alter. Tau dich aber ordentlich nach oben. Uiuiuiui. Warum? Noo, warum lässt du dich denn von der Wand abstoßen? Oder warum stößt du dich von der Wand ab? Das ist doch blöd. Boah, der hat einen Schub nach oben, ey. Holy shit. So, den lassen wir erstmal nach unten fallen. Den lassen wir erstmal schön nach unten. Nicht auf mich, nicht auf mich. Oh. Was wollte ich denn hier? Was wollte ich denn hier? Oh mein Gott. Ich habe Schiss. Aber alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Wir brauchen nur noch 70 Looms. Könnte machbar sein. Wie viele Kleinlinge... Ich habe jetzt da oben auf die Anzeige dafür geachtet. Scheiß. Oh, bin ich grenzdevil. Können wir mal komplett weg. Obwohl, war das schlau? Ja, wahrscheinlich. Naja. So, da haben wir einen Kleinling. Kriegen wir hin. Kriegen wir locker hin. Oh, ja, ja. Hier aufmachen. Da auf... Da aufmachen. Yes. Okay, der kann nur da aufmachen. Warum auch immer. Ist mir auch egal. Ich habe ein bisschen Schiss. Ein bisschen Schiss. Okay. Okay. Ach du. Ahnst es nicht. Wie soll ich denn da an die Münze kommen? Ich scheiße einfach auf die Münze. Scheiße auch auf die hier. Da kommt noch genug. Scheiße. So. Kenne ich das hier? Jetzt kann ich das ein bisschen schneller machen. Hoffentlich. Nein. Egal, egal, egal. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Solange ich lebe, ist alles gut. Oh, wir haben die 600 Looms. Wir haben die 6... Oh, nein, 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 nein. What the? Das geht ja auch weg. Scheiße. Schalala. Na, 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 na. Lauf, 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 lauf. Schalala. Lauf um dein Leben. Ich. Nein. Oh, man. Oh, das war so gut. Scheiße, okay, ich rush hier jetzt durch. Ja, so machen wir das. So machen wir das. So machen wir das. 100%, 100%, 100%, yes, yes. Gebt mir das Ziel. Oh. Am Ende wurde das Level echt nochmal knifflig. Oh, gebt mir die 600, danke. Yes. Zurück zu Fiesta, der das macht was. Danke. Und wir kriegen das nächste Level. Und sogar noch das übernächste. Yay. So, wir haben am Ende alles gut geschafft. Und im nächsten Part sehen wir dann das Level Faule Früchtchen. Wie faul diese Früchten sind, das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde es mich sehr freuen, wenn ihr zu Faule Früchtchen wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin, Tschüss.